So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neue Aufgabe. Diesmal sollen wir gegnerischen Gebäuden Schatten zufügen. Ist am einfachsten in Gruppenkeile, weil da baut sich gefühlt jeder hoch. Also einfach alles kaputt ballern. Wir gehen noch direkt mal rein. Ach, ich liebe diesen Skin. So, bababababam, Gruppenkeile, nicht auffüllen, alles klar, Abfahrt. So, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe gestern ein Video hochgeladen, was die Trading Cards von Fortnite betrifft. Also wer da noch nicht reingeschaut hat, kann das gerne mal machen. Wie gesagt, paar Holos haben wir schon. Ein paar Karten liegen hier auch schon wieder. Ich muss nur gucken, wann ich das aufnehme. So, wie wir hier sehen, Ladebildschirm, ihr wisst ja, Ladebildschirm ist Like-Zeit, Kommentier-Zeit. Und wenn du auch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, uns fehlen jetzt noch 25 Abonnenten. Zu der neunten Zahl von PSF-Code. Wie gesagt, 10 Euro-Code steht die ganze Zeit so. Warum ist mein Skin so? Aha. Ich wollte schon sagen. Wie gesagt, wie das alles funktioniert mit dem Gewinnspiel, gerne in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich extra ein Video zu gemacht. Einmal, wie ich mich vorstelle und wo ich halt das Ganze dann erkläre. So, jetzt zur Aufgabe. Am besten, ich weiß, ich bin gerade überlegen, soll ich direkt rüberfliegen? Weil geht eigentlich dann noch schneller. Wenn ich jetzt direkt zu Polarpeak rüberfliege. Ich klusse mein Arsch auch. Einfach Polarpeak runter rüber. Schleif ein, zwei Kills schon machen. Und dann hingehen und alles, was die gebaut haben, kaputt machen. Schauen wir mal. Und wie gesagt, ich würde es euch halt wirklich in Gruppenkeile empfehlen, weil da wird es halt in Anführungszeichen am meisten gebaut, was ihr auch wieder abreißen könnt. Ich schätze mal, heute bleibt hier auch nicht viel stehen. Jede Rampe wird weggehauen. So, natürlich wieder am Arsch der Welt. Also Blue Life brauchen wir hier schon mal nicht sammeln, in Anführungszeichen. Ich bin froh, wenn dieser wohl nicht mehr bei uns ist. Kommt, schnäller. Ein bisschen Zeit habe ich, bis die anderen da sind, aber es geht schneller als man gucken kann. Als man guckt. Ah, da ballern sie schon. Das war sooo sooooo Ach, dein Tier wäre schon schlecht So für mein eigenes Empfinden Kremes, der baut schon mal nichts Wäre aber schön wenn er baut In der Fall müssen wir genug Munition sammeln Wo ist er denn? Er war doch schon hier Hä? Wo ist der Dulli denn hin? Das gibt es doch nicht Ich hätte gerne eine MP Irgendeine Ich sehe hier auch nichts gebautes Jetzt weiß ich nicht, ist der Dulli jetzt noch hier oder nicht? Das ist toll, jetzt fällt alles schön im Werk runter Hä? Hä? Ich dachte ich könnte hier noch stehen bleiben So kommt hier auch noch eine MP Ok, die nehme ich auch Ich habe dann noch ein bisschen Was ist denn das Problem mit der Munition dafür? Ah, da habe ich lieber die mit Jetzt sehe ich lieber wieder die Da hat sich meine Meinung auch geändert Ah, noch eine Kampfschrute brauche ich aber nicht Ah, gut im Blau schmeckt sie natürlich schon Das waren immer so komische Geräusche die Dinger Das waren immer so komische Geräusche die Dinger Ich habe keine Metz geholt ey Also keiner der sich eine Rampe baut Na gut, die sind alle am Anfang rausgesprungen Danni da Also keinen gefunden bzw. den einen haben wir verloren Aber wir sind ja gleich direkt schon in der Endzone Und dann einfach alles wegholzen Am besten unten, damit man alles zerstört Ich fahre noch ein bisschen Netz mit Ich fahre noch ein bisschen Netz mit Aber bis dahinten werde ich eh nicht kommen Selbst wenn Na doch Am Port vielleicht Warte Warte Boah 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 Jetzt besitzt sich der Hund von meiner Schwiermutter an mit dem Nachbarhund, Weltklasse. Gefühlt sehe ich hier gar keinen. Geschweige denn, einer baut hier. Ist das jetzt hier mal ernst? Vor allem hier sind doch 14 Gegner, oder 19. Was ist denn der Hund? Was ist denn der Hund? Oh, da sind ja auch 3 Kisten. Da ist auch noch was gebautes. Ich muss jetzt hier alles mit holen, was wir haben. Ach Gott, hier kann gar nichts. Ach, siehst du, 250 haben wir schon. Jetzt schon. Wir sind alle noch zu krabbeln zum Bauen. Ach, wenigstens mal eine blaue Mp. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Hätt sich da noch nicht eingemischt. Mann, Mann, Mann. Komm, bau. Ja, leck doch noch mehr. Boah, das war natürlich wieder Weltklasse. Verdammt muss es lenken. Ja, 310 Schaden jetzt. Aber ganz ehrlich, ich will das da alles wegbauten, was der gebaut hat. Er drückt mir direkt den Headshot. Ist klar. Mir geht es nur ums Kaputtmachen. Mehr möchte ich eigentlich machen. Zwillings-Schwester, oder was? Puuuuh. Na gut, 6 Kills. Jetzt haben wir 622 Schaden. So, in diesem Moment kann man halt nur hoffen, dass das ein Gegner ist. Nooooh. Ja, da war die Rampe. Ja, da war die Rampe. Bitte Gegner, dann haben wir es schon eingestellt mal geschärft. Ja, das war scheinbar nicht umgekehrt. Ja. Ich wollte auch nur das Gebaute da kaputt machen. Meine Güte. A706. Darf ich hieß sie dann doch nicht schnell genug. Oder ich war zu langsam im Trüben. No, in der Summon 6, ja gut. Die haben wir nichts kaputt gemacht. muss er halt stop So, ich fühl hier nur Sachen kaputt, man, lasst mich einfach in Ruhe. Oh, das war aber safe vom Gegnergebot. Oh, also geschafft, wie ihr gesehen habt, war easy. Ah, safe auf dem Kopf. Da drückst du, dann drückst du, dann triffst du auch nicht. Ich gewinne es mir aber auch nicht, endlich mal die Impitern direkt auszupacken. Wie ihr gesehen habt, ganz simpel, einfach den Kram abbauen, von denen drauf schießen oder irgendwie alles simpel. Nix, alles daneben. Fies. Oh, ich versuche hier wieder zur Luft zu fischen. Ja, dann so drauf drücken, wie du willst, ey. Aber dass die sieben Leute mehr sind, merkt man schon. Aber das ist eigentlich die Chance, so viele Kills zu machen. Aber wie das funktioniert, sieht man ja. Hallo, ich bin schon da unten. Da war er wieder. Den Skin habe ich aber früher auch viel gespielt. Ich sehe keinen. Nee, 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 nee. Ich sag halt, da ist die AR, die ich da habe, echt am besten für. Einfach ein bisschen weiter weg. Hier den Baum rein. Ich muss nicht. Was, der war doch weg. Tja, da warst du zu spät. So, wie gesagt, hoffe ich konnte euch mit der Aufgabe helfen. Einfach Gruppenkeile von den Gegnern gebautes abbauen. Geht halt am besten logischerweise in eine Endzone. Wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, einfach ein Like da lassen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Grünen ist natürlich ein Abo. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß noch und haut rein.